Hallo zusammen, Ei Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das alles gehört in ein Museum, irgendwann einmal, anzunehmen bei Todi Schnurrbart, in Tal Drassus, an dieser Position. Vor Quest war, holt die Scheiben zurück, nehmt die Quest an und jetzt trefft euch mit Todi und Naledia im Drachenschuppen Basislager. Alles klar, ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen und wir sehen uns bei Todi und Naledia im Drachenschuppen Basislager. Bis gleich. Da bin ich auch schon, im Drachenschuppen Basislager, Füste des Erwachens. Hier. Das ist abgeschlossen. Und jetzt heißt es, hört Todi und Naledia zu. Okay, ihr könnt hier mitlesen. Ich bin gespannt, wieviel uns die zu sagen haben. Okay, das war's auch schon. Alles klar. Quest ist abzugeben bei Naledia Flussglanz, an der Küste des Erwachens, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.